Der Donnerstag startet mit Nebel und eisigen Temperaturen bei minus 4 Grad. Im Laufe des Vormittags verschwindet der Nebel und ein sonniger Tag steht uns bevor. Die Tageshöchstwerte liegen bei 4 Grad plus. Gegen Abend kommen erste Wolken auf und Sturmböen bei Temperaturen um 3 Grad, die auch in der Nacht anhalten. Zum Ende der Woche steht ein Sonne-Wolken-Mix an, bei Höchstwerten von plus 4 Grad. Am Samstagvormittag scheint vereinzelt noch die Sonne hinter den Wolken hervor. Jedoch nimmt die Bewölkung im Laufe des Tages zu, verbunden mit aufkommenden Böen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 Grad. Der Sonntag wird wieder etwas sonniger und bei leichter Bewölkung steigt das Thermometer auf 5 Grad.